Spricht wieder euer Peter Gaming Und Leute, wir werden jetzt noch eine Mission noch vorher machen, die die Sache, Leute Wir werden jetzt noch die eine zum alten Bibliothek finden, Leute Ah, Mann Würde ich sagen, zur alten Bibliothek machen wir jetzt noch die Mission, Leute Und dann tätig ich sagen, fangen wir an Mit, äh, dass wir hier die Hauptstory machen, tätig ich sagen, Leute Würde ich fast sagen, dass wir jetzt Okay, das heißt, wir müssen üben Okay, das heißt, wir müssen rüber schwimmen, Leute Okay, Leute Man seht die Fassache, dann stehen wir am liebsten rüber, Leute Würde ich sagen, was ich will, können wir jetzt noch machen Und dann fangen wir so zu sagen, mit, äh, Hauptstory wieder weiter Würde ich sagen, Leute, das ist am effektivsten Und dann schauen wir einfach, was wir noch so in der letzten Zeit machen können Ich muss mir den mal kurz ausleihen Danke Sehr nett von dir So, jetzt hängt man dann auch einen kleinen ab Irgendwie Was ist das? Okay, die alte... So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, Leute. Ist es hier sicher? Nichts auf der Welt ist sicher, mein Freund. Die Stadt wird von Sandstürmen und Schlangen geplagt. Ist es in der Wildnis gefährlicher? Ha, das ist wohl wahr. Egal. Ich weiß ja nicht, wohin du willst. Aber sei vorsichtig bei den Ruinen. Ja? Warum das? Ich kam ihnen einmal zu nahe und fand eine Öffnung, die unter die Erde führte. Ich war neugierig. Doch dann hörte ich seltsame, übernatürliche Gesänge, wie von einem Dämon. Lach nicht. Ich weiß nicht, was das war. Und ich will es auch nie herausfinden. Wo war das? Keine Ahnung. Und wenn die Götter gnädig sind, finde ich es nie wieder. Und du auch nicht. Okay. Danke. Okay Leute, jetzt sehen wir noch die andere. Okay Leute, machen wir erst bloß die Mission und fertig. Die Mission und auch Leute. Und dann. Sarkophage beschriftet mit dem Zeichen Silcats. Wie viele Tote verlangt sie? Ich bring dich um. Alter, hier ist ein Eckstück. Was ist das für ein Geräusch? Stimmen? Geister? Dämonen? Ich muss den Ursprung der Gesänge finden. Okay, bin ich mal gespannt, was mir hier noch finden in dem Teil. Da kommt ein Sandsturm. Die Bibliothek machen wir dann nach, Leute. So Leute, jetzt machen wir erst die Untersuchung. Und die nächste Untersuchung. Du stirbst endlich. das schwert ist mega leute ich glaube leute wir haben jetzt unser schwert gefunden leute ich glaube wir haben unser schwert jetzt gefunden leute wo ich jetzt sagen wir machen wir gucken jetzt was das für ein eingang ist da bin ich jetzt mal gespannt was das für ein eingang ist leider steinkreis okay so da können wir gleich die mission auch noch mache optimal so zu sagen drei missionen am gleichen platz leute wow als du mutter kennengelernt hast woher wusstest du dass sie nicht mag mein herz ist in flammen aufgegangen sie hat gelächelt und mich ganz hilflos gemacht also wenn ein mädchen nicht mag dann lächelt sie dich an mein sohn es gibt dinge die ich dir erklären kann die sterne wie man kämpft aber das ist etwas was nicht einmal die götter verstehen dafür wirst du eine göttin fragen müssen hathor göttin der mutterschaft und freude sie wird von allen ägyptern geliebt vom geringsten bis zum größten als geliebte des westens heißt sie die toten in der nachwelt willkommen okay müssen wir mal gucken jetzt sieht man es nervig diese schuhe okay du bist noch nicht alle wissen wir mal es nervig ist zu suchen Das könnte es, glaube ich, sein, Leute. So, eine Mission, vor der Anna beendet, Alter, richtig gut. Ob wir alle schaffen, weiß ich nicht, Leute, aber ich hoffe, dass wir ein paar von den anderen mit den Dingern packen, oder, Leute? Ja. Der Skorpion? 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 Ja, um unsterblich zu werden, Leute. Ja, Leute, um unsterblich zu werden. Das ist wirklich, so haben wir viele Leute viel gemacht. Hämmerdome. Moment, das ist gut, Leute. Wir haben hier wieder einen Reisepunkt. Das heißt, wenn wir hier mal wieder irgendwann mal einen Sinn oder Aufgaben haben, Leute. Dann können wir... Dann haben wir es immer hier. Das ist immer so. Ja, okay. Ah, okay. Wer da? Ich bin bewaffnet. Ich werde dir so sehr wehtun, dass die Götter Lieder über deinen Schmerz singen werden. Bleib friedlich, mein Freund. Ich bin doch nur neugierig. Es ist kaum noch etwas von Wert übrig. Die Schakale haben hier schon alles leer geräumt. Ich las von einer uralten Schlacht zwischen Mahes und Ochos. War das vielleicht hier? An diesem Ort hier starb Mahes im Kampf mit Baguas dem Eunuchen und Mentor von Rodos. Vielleicht kennst du meine Version von Maani-Jehudi. Nein? Macht nichts. Weißt du, was aus Mahes Schwert wurde? Das Schwert von Ptah? Dass sowohl Sachmed als auch Selkid heilig sein soll? Nein. Aber wie gesagt, dieser Ort wurde längst geplündert. Die Banditen sind nördlich von hier. Von dort halte ich mich fern. Danke. Da gehe ich hin. Haha, klar. War ja klar. So, zum ersten Mal und sei hier wieder. Wieder synchronisieren, um unser Tier auch ein bisschen schöner mehr zu bekommen. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, was für unseren Vögel ist. Zenus-Wahrnehmung. Das habe ich bis jetzt noch nicht so verstanden mit der Wahrnehmung. Das mit der Wahrnehmung von unserem alten Freund, das habe ich jetzt bis jetzt noch nicht so verstanden, für was man das braucht. Das sind die Räuber, die der Historiker erwähnte. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Was? Oh, wir sind noch ein bisschen, wir greifen ein bisschen zurück. Ich glaube, du hättest nicht herkommen sollen. Alarm! Alarm! Hey, hier gibt es ein Problem! Bin im Reichweite! Ich bin im Reichweite! Okay, noch zwei Hammer. Nein, nein, nein. so leute haben was gepackt aber leute ich würde sagen wir machen jetzt feierabend und mir sagt wieder euer bilder gaming tschüss bis dann und pg bis